strahlte grüße meine lieben und herzlich willkommen zurück in fallout 76 ja lange ist es her gebe ich zu ich habe letzte letzte woche und gestern nicht viel fallout gebracht hat ein bisschen viel zu tun gehabt und ja das ist halt immer ein blöd gewesen hat mich überhaupt nicht gefreut dass ich nichts bringen konnte aber na ja nichts machen passiert halt da manchmal ich kann haugummi oder was haugummi bonbons da haben wir es doch also könntest du mal luisa gehen lassen oder ne immer immer tschuldigung es ist immer ich sage uns fehlt noch die nötige ausrüstung alter ich glaube ich sollte mal auf dampf umwechseln wir brauchen klingeln einmal klingeln korn bitte ach egal kommt scheiß drauf ich hier jetzt hat irgendwie noch was verloren kann man mal gucken hier ist noch eigentlich da war ok gut ja genau eine ahnung was das ist überschüssiges öl was haben wir hier haben wir immer cooles fleisch also langsam langsam wird es langsam wird es ok äh ja süßigkeiten warum sind meine warum sind meine kaugummi da haben wir das paul gaugummi das war anscheinend ein kaugummi äh da haben wir doch hätte mal ein kaugummi gekaut wir haben guhle grubenhauer ok haben wir eins nach dem anderen wir gehen jetzt erst einmal äh zu dolly und holen uns diesen wunderschönen grüß lieb mister pätz äh meister pätz meister pätz ist tot 83 dann kann man auch gleich mal gucken noch mal alles beansprucht wie schaut es hier aus alles beansprucht wie schaut es hier aus alles beansprucht ok hier haben wir auch alles jetzt sind wir hier das heißt wir müssen jetzt noch auch gott wir brauchen 85 ok ok das dauert noch ein bisschen so will die guhle will die guhle will die guhle kriegst du sofort da weiß ich auch schon wo wir hingehen nochmal aber mit ich brauche noch einen namen für diese knarre und schon mal machen einfach mir schon die tür auf ist doch allerliebste und morgen so der nächste wer will wer möchte wer hat noch nicht jeder kommt dran jeder kriegt mal was ab der nächste aufstehen aufstehen guten morgen ich bin der kammerjäger mal 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 durchsinnig mit ja mal so eine nudelschale ansonsten haben wir hier nichts mehr gut kann man hier wieder rausgehen mal hier was mal hier was mal hier mal hier jetzt so jetzt brauchen wir grubenhauer auf nach welch nach welch nach welch da das mag doch schön muka cola trinken wir aber noch gleich mal ein so wer will wer möchte wir hat noch nicht und jetzt gehen wir ins haus sagen mal geht rost hallo da ist doch nichts habe ich ihn da wieder stelle nahkampf er oder verwerte sie hat mal nun erst mal ja ich weiß ich bin wieder voll und weißt du was das ist mir egal man da bauplan damit erstmal alles zerkleinern und dann hier die haben ja grundsätzlich immer nahkampf waffen dabei dann hätten wir das auch trinke alkoholische gedränge besuche die unterkunft eines spielers dann gucken wir doch mal gleich mal schon mal der hat doch mal 800 baupläne 889 baupläne ob er hat ja auch eine unterkunft auch schön er hat es so schön gebaut dass man gleich hier rein kommt das ist ja allerliebst aufbereitet das war sagen immer mal mit der hat sich auch mühe gegeben alien kiste aber warum reisewagen motorisiertes oder fast weil auf jeden cluck die linke bekommen ok rillastuhl charlie die mouku rucksack ok das nehmen wir mit das andere zeug ist mir alles viel zu teuer muss ich leider leider zugeben okay dass du würstchenwagen hätte ich auch gerne moderisiert ist oder fast das ist also das moderisierte buddha fast okay ich war speise gut machst du das andere dann auch sondern man nicht rein rolltür ich werde dieser albträume nicht los okay auf ewig im all zu schweben man wird so er liegt im bett und pennt aber der hat jetzt irgendwie nicht wirklich was aber das generiert hat den würstchen wagen hätte ich gerne den würstchen wagen hätte ich echt gerne gucken und ist mir so froh oder sind es alles mehr spieler geworden seitdem ihr fallout die serie rauskam ich wärmstens empfehlen kann und man kann ich echt wärmstens empfehlen war mir klar du hast nichts ach das ist der vorhang vorhang tür und dafür dafür will 3000 dafür will er 3000 hat er hat er den schlag nicht köln oder was was dafür will er 3000 für den vorhang es ist mir zu teuer das sehe ich nicht im endlaster nukaschein gerport ich das schaut cool aus guck mal da sage ich nicht aber kann man begrüßen aber nicht und war bei der dünner turbo dünner nehme ich mit hätte ich auch gerne als wir dieses fass das hat er auch die händchen schenke mal gleich mal zum verkaufsautomat mal schauen was er schönes hat leichter robotor so brauchen du ist zwar nicht aber ich sammle gerne immer hast du das kann nicht wahr sein geburtstagskuchen ey wir haben einen geburtstagskuchen es ist immer wieder toll wenn einer ein geburtstagskuchen dabei hat du nicht zufälligerweise näher da nicht ich kann schon mal diesen los zum pferde da hinten auch mal rein die richtung versteht ja mal gucken was der schönes hat ja 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 wie schaut denn das aus ich bin ja gar nicht das wieder neu der hat ja nicht na da niende ja gut dann gehen wir mal zu dem mensch aber ich will doch eigentlich nur eine unterkunft ja da haben wir doch schon mal eine unterkunft ist doch gut erst mal hier verkaufsautomat erst mal gettling und ansonsten hast du nichts gut ja einfach nur betreten genau unterkunft eines anderen spielers perfekt was haben wir jetzt noch nur noch die sachen okay dann hätte ich gesagt gehen wir was war dann denn hier hin und ja gucken wir mal vielleicht findet man ja noch ein paar insekten oder sowas mal schauen wenn man das eine 30 stück hätte schaffe ich heute nicht mehr und abends ist nämlich neue woche das werde ich jetzt nicht mehr schaffen das schaffe ich nicht mehr okidoki dann gucken wir doch mal da rein das ist unsere hauptgewe west nebenquests haben wir ja auch noch aufseherin kaulquap mehr höre die fähre was väterlicher abschied an ok väterlicher abschied wie ich weiß ich habe es verbockt ich hätte nie fuß in dieses bergwerk setzen sollen ist nicht schon gemacht Aber Vorräte sind das alles nicht wert. Glaub nicht eine Sekunde, dass ich dich mit Absicht verlassen habe. Und gib dir dafür auch nicht die Schuld. Ich kann nicht mehr für dich da sein. Aber du bist stark und schaffst das schon. Vergiss nicht, dein Papa hat dich mehr lieb als alles andere. Jawohl. Okidoki. Hase, ich habe was für dich. Äh, Hase? Oh, da bist du Hase. An, Hase. Ja. Findest du mal kurz mit dem Klopfen aufhören? Was hast du denn, du Schönerst? Nichts großartiges von Bedeutung. Hi. Wo willst denn du hin? Ihr wisst aber schon, dass der Eingang von dem Gebäude hier ist. Ja. Ja, hier. Mensch. Mal ehrlich, gibt mir der Müll einen übeln Zubuch? Digga, wenn du fertig bist, guck mal gerade aus. Mehr Werbung kann man nicht machen. Oh, er kauft ein. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, hier. Dach, dach, dach. Warum noch? So. Red Wallard. Willkommen in der Aufnahme. Und in diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne. Haut rein. Lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hä? Wie? Was? Egal. Ciao. 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 Ciao.